Der Tag war heute nicht schlecht und ja, heute gehen wir mal die Motive untersuchen, die anscheinend Mr. Lee hat. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Unauffällig. Na, das wird ja so eine Sache. Unauffällig. Finde einen Weg. Ja, den suche ich ja gerade. Da. Und tschüss. Ich war noch nie in dem Zimmer. Na gut, dann, hallo, gehen wir doch einfach da rein. Achso, ich kann mir das nur ansehen. Na gut. Zehn Meter. Oh. Achso, geht nicht. Da. Er hat sogar Sicherheitsmaßnahmen hier reingemacht. Er musste mal reinziehen. Ja. So, was haben wir hier? Was muss ich untersuchen? Der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe. Er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Aha, gut. Untersuchen wir das mal. Im Foto fehlt das Bild am Schrein. Ja, da gebe ich dir recht. Drehen. Aber da ist nix. Nee. Nicht, dass ich jetzt wüsste. So, dann gucken wir mal weiter. Hallo? Achso. Im Foto fehlt das... Äh, im Schrein fehlt das Foto. Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Lesen vergiss nicht, sagte der alte Mann. Nur Gleichgewicht kann die Macht des Dämons zügeln. Ohne Gleichgewicht wird das Monster jeden bekämpfen, der versucht, es zu kontrollieren. Also hat er doch da auch gelogen schon, der Mr. Lee. Ja, auf jeden Fall. So, und was haben wir denn hier? Lies Eltern. Und im Rahmen ist ein Schlüsselloch. Lies er von seinen Eltern ausgesetzt worden sein. Warum Leuten gedenken, die einen weggeworfen haben? Ganz genau, weil... Aber... Keine Ahnung. Der sieht zwar ähnlich aus. Er ist auch ein Schauspieler. Ja. Aber... Ah... Nee. Ah. Inspizieren. Ah, ein Schlüttel. Der passt sicher an das Schloss des Porträts. Könnte möglich sein. Das werden wir jetzt ausprobieren, Peter. Entschuldigung. Äh, ja. Ach so. Öffnen. Eine Art Rätselschloss. Moment. Sekunde. Wir haben doch hier auf dem Foto... Ganz genau. Da. Ein Ying-Yang-Sister-Bild muss her. Aha. Okay. Ach so scheiße. Na prima. Das muss ich doch wieder... Ähm, was muss ich hier machen? Ah. Okay. Damit bewege ich da drunter. Was ist da drunter? Ach, wo mache ich denn? Ah. Da drunter ist... Ah. Moment. Moment. Hallo? Wo, 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 wo? Nein. So. Oh. Moment. Es scheint richtig. Scheint, 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 scheint. Was haben wir hier? Oh, Moment. Sehr gut. Und wenn ich das nach da drehe... Auch gut. Jetzt müsste ich... Aber... Warte mal. Vielleicht, wenn ich durchdrehe... Halt! Ja! Yeah! Ohohoho! Geil! Boah! Wow, wow, wow! Warte nicht denn da rechts aus dem Tisch? Ja, keine Ahnung. Aber hier... Ansehen. Lee ist besessen von Masken. Ist das was Psychologisches? Ah. Als ob er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Vorgehen musste, ein Dämon zu sein, bis er einer wurde. Da ist ein Kreis drauf. Warum ist bei ihm ein Kreis drauf? Ist das normal? Wie überträgt den anderen seine Kräfte? Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Verdichteter Phasensprung? Woher soll ich das wissen? Du bist gut, ey. Vielleicht ist da irgendwas drauf auf dem Schwert, was... Nee, da tut sich nix. Na gut. Da tut sich nix. Sekunde. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen... Ah, Entschuldigung. Oh nein. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Ach du Scheiße. Was das wohl bedeutet? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber... Kann ich hier irgendwas öffnen oder so? Die Dinger kann man ja... Nee, da hängt man die hin. Aber die Dinger sind doch... Naja, gut. Ja, das ist das ja eben. Man kann ja im Rahmen irgendwas verstecken. Stick oder irgendwas anderes. Man hat es ja... Naja, heutzutage gibt es ja auch Rahmen mit... Mit... Nee. Fotodingern. Wow. Das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Genau. Nehmen wir einfach mal. Oh, oh. Wow. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Noch einer. Wo denn? Da. Wenn die Polizei das gefunden hätte. Oder May. Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Und jetzt wieder runter. Das haben wir untersucht. Alt. Hier unten. Oh. Also, wie komme ich hier raus? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ah. Ja, ja. Ja, Moment, aber vielleicht... Nee, anscheinend nicht. Ja, ja. Bewegung ist total beleben, mein Freund. Naja. Pass mal auf, da draußen steht der doch jetzt, oder nicht? Dann wäre also... Peter. Ah. Mr. Lee. Ich dachte, sie wären verreist. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Martin. Du bist zurück. Ich nehme das. Dank dir. Und leider auch gleich wieder weg fürchte ich. Ich brauchte nur was aus meinem Büro. Hast du das vom Rathaus schon gehört? Ja. Tragisch. Peter war dort. Er hatte wirklich Glück. Bei einer Osborne-Rede? Ich hielt dich nicht für einen Fan. Tja, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Amen. Die Bombenleger sind noch da draußen. Wer weiß, was sie als nächstes planen. Ich glaube nicht, dass du oder May euch Sorgen machen müsst. Solange ihr euch von Orten fernhaltet, wo ihr nichts zu suchen habt. Tja, ich muss los. Wann kommst du zurück? Wenn meine Arbeit getan ist. Sorry, Freunde, aber das war genau das Klischee, was in Filmen, in Spielen und, und, und. Das muss ja so sein, dass da der Typ auf einmal da ist oder auftaucht, wenn du aus einem verbotenen Raum kommst oder einem geheimen Raum. Das war jetzt nicht schwer zu erraten. Also ernsthaft. Ja. Guck mir an. Ja, ja. Guck dir das mal an, ey. Der macht das mit... Selbst auf Entfernung, das sind normale Leute. Er kann ja jetzt nicht einer auf Spider-Man machen. Tja, weg. Ist ja wohl klar. Oh, oh. Yeah. So, jetzt warten wir erstmal, was er sagt. Warte mal. So, zack. Oh, ich bin... Oh, juhu. So, haben wir irgendwas... Jo, neu. Oh. Herausforderungsmarken, die habe ich leider noch nicht. Na, geil. Aber guck dir das mal an. Herausforderungsmarken. Sechs. Boah. Vier. Da muss ich schon zehn. Warte mal, lassen wir mal weiter gucken. Also von den Herausforderungsmarken brauchst du mal reichlich. Mal Basismarken und, und, und. Da brauchst du reichlich für. Wieviel habe ich da? Vier. Ne, das war ich noch nicht. Ne, ne. Äh, und nun? Ah. Kerten Wotanabe. Ich habe endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und im Lease-Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu. Er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran. Aber er will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Bio-Waffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay. Wir sehen uns ein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen geht... Na, sauber. MJ, hey. Ich wollte mich mal melden. Peter, hey. Kann ich dich zurückrufen? Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abendessen? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte. Weißt du noch, wie du mir über Lease Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprungen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt, die Schocker freigelassen hat. Schocker hat viel lieb gearbeitet. Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja. Bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Koch Eier. Ja. Koch einfach Eier. Dann passt das schon. Hier hinten ist nur noch... Damit trägt Anfang. Leute, da gibt es für eine Firmende lautlose Takedowns. Komm. Ich traue mich mal so langsam. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kann furchtbar in die Hose gehen. Doktor, wie geht es Ihnen? Parker, spannende Neuigkeiten. Kommen Sie ins Labor. Äh, wie jetzt? Das ist meine Sternstunde. Das müssen Sie unbedingt sehen. Cool. Ähm, ich bin zum Essen verabredet. Kann ich später kommen? Komme sofort. Gut. Äh, ja. Sofort heißt aber... Fünf Gegner an Wende und schleuern... Au, wau, 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 wau. Welchen habe ich denn? Moment. Ähm... Anwende. Ach, tolle Wurst. Ob ich jetzt wieder einen Job habe? Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. Moment, sorry. An Wende. power ach so der ist schon hier hinüber was bin ich für ein tier nein irgendwie muss ich die dämonen dauerhaft kalt schleudermus habe ich jetzt nicht hingebracht aber spaß gemacht ja ja wenn wir jetzt sofort hin müssen dann muss das sein obwohl mehr kommt ich habe jetzt gesagt das machen wir das kann man jetzt dazwischen aber das war nicht so tragisch wo ist der nein nein welchen habe ich vor dem jungs vögel beobachten ich habe ein paar tauben gesehen wer kommt denn wobei kommt denn da wo kommt so näher ich habe ich ja gar nicht gut die typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen aber jetzt muss ich auch mal treffer kombo und ein lautlose takedowns naja die habe ich weiß alles nicht geschafft dann mal los ja sicher jippie schweinebacke oder wie sehe ich das jetzt mal ganz sicherlich drei lautlose takedowns sie werde ich da wohl noch schaffen oder hätte ich jetzt haben können ich hatte falsch gedrückt ich bin am zweiten ort tragen diese dämonen ihre masken eigentlich immer bei team treffen gibt es sicher verwirren ich finde heraus was sie vorhaben und du streust sand ins getriebe ja gut der ist nicht sicher na gut dann nehmen wir uns den mal so quatsch jetzt mache ich aber noch ein noch die treffer wo sind denn die da ja ich scharf schützen erstmal weg ja wo ist der andere wo ist denn da und tschüss gute nacht ja wiese gehen da ist noch einer komme auf hier im leben nicht mal freund aber falsch gedrückt ja ich hoffe die neuen jungs haben etwas mehr drauf denn die letzten typen genau die ausländische bürger mit vorstattungsland ihr seht sauer aus jungs ich gebe zu ich habe meine guten jobs für die anderen verbraucht aber ich wiederhole mich gern halt nein wir müssen erst mal weg das ist als würde die band schon die vierte zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach hause wo ja irre ist seit wir haben uns macht aua wie geh ich denn da hin ey was machst du denn aber dann doch schön aufs maul dann passt das schon nein nein ich habe jede menge netze nein nein wo haben wir denn noch weiter weiter nein nein alt wir haben wir mal so weg ja ich würde gern mehr machen da kommen wir da oben der sack nein 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 immer noch nicht wo mj ruf die polizei alle dämonen sind außer gefecht gesetzt wo mj ruf die polizei alle dämonen sind außer gefecht gesetzt wo mj ruf die polizei alle dämonen sind außer gefecht gesetzt ab rein da los dann wollen wir mal nein 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 auf dem boden wollen wir nicht auf keinen fall warte mal haben wir unterwegs irgendwas interessantes da mensch das sieht aber hier aufgeräumt aus guck mal da haben wir sogar noch ein topchen kommt aber sonst habe ich hier nichts und unterwegs also haben wir gut aufgeräumt ja ich habe mal geguckt ich glaube wir sind bei 46 oder 48 prozent also das war stufe wo bin ich 23 ich habe mal in meinem vorherigen spielstand geguckt ich habe dabei stufe schnauzebombenattentat gibt es nicht luftwürfe brauche ich dazu wo war er denn jetzt ich bin mir auch nicht sicher ob man jetzt auf mich hört also müssen besorgt das ist da oben Aua! Wow! Wie viel brauche ich denn noch? Na, weiß ich gar nicht. Boah, jetzt bin ich aber richtig. Nein, 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 mein Freund. Jetzt ist mal freie Hand. Naja... Halt! Die werden wir doch wegmetern. Oh! Moment, hier ist doch noch einer. Wo sind der? Da unten. So, mein Freund. Silver Sable sollte mir ein Gehalt zahlen. Ja, wenn du meinst. Uh... Ja... Naja... Ah, diese Raketen-Dinger, die machen mir richtig zu schaffen. Obwohl ich ja weiß, was ich verdrücken muss, aber... Naja... Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Nein! Der Bus braucht einen Lagebericht für die Garnison in Chelsea. Verkehrsskontrollpunkt Charlie unterbeschutzt. Oh, oh! Was brauche ich denn da? Alter, wir sind hier ganz schön... Wir sind zwei Finisher. Na, super! Boah! Da drüben fliegen deutlich zu viele Kugeln. Wo sind die denn da? Hey! Können wir das friedlich regeln, wenn ich Kuchen hole? Halt Schuhe aus! Genau! Nicht den Boden berührt! Gott fАck auf! Da ist noch einer... Oh, 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 oh... Dann noch einer? Ne, das sind noch zwei... Nein, nein! Halt! Finisher... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Na gut, hat nicht ganz geklappt die Finisher. Naja... Ach, mir macht weed, ja. Und du hast nichts vor... Oh... ja harte schale weicher kern und so nähen genau liebst mich doch und ich dich durch aber das täubchen haben wir doch wir haben nennen wir werden das oder sie fliegt nicht dein ernst okay jetzt haben wir zehn zwei stück brauchen wir noch ja fast leckerli oh ja jetzt passt doch wunderbar freunde ja ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn das bild erst mal da sein würde hallo bild super nein 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 noch nicht so freunde bis gleich